Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 16.07.2021 und unser kleiner Teddy-Ideer ist aufgewacht zum Donnerstag. Hat der DAX-Analyse auf der Unterseite gewirkt, nachdem er nur mehrfach oben seine 15.800 eben nicht rausgekommen hat. Es gab jetzt hier einen richtigen schönen Stoß. Der hat alle Marken, die wir hier drin haben, sehr gut über den Tag angenommen. Da hat man sowohl auf der 700, die wir angesprochen hatten, die Linie, sehr, sehr, sehr gut reagiert, als auch auf der 15.670, aber hat keine Drehung nach oben hinbekommen. Den ganzen Tag eigentlich nicht. Auch dieses typische am Nachmittag hochdrehen, die grünen Stundenkatzen, die drin waren. Es waren viele Situationen und viele Sachen, wo der DAX normalerweise nach oben auftritt, auch zum Donnerstag, auch in den letzten Donnerstag, das aber hier ausgelassen hat. Jetzt sieht es hier nach einem Bullish-Eingriffing aus auf der letzten Handelsstunde. Da bin ich allerdings ein bisschen vorsichtig, das zu wehrten. Also es sieht nach einer Umkehrformation, stand hier aus, weil die wirkt ein bisschen fast zufällig entstanden. Wenn man nämlich genau hinguckt, waren nämlich alle Kerzen davor in der gleichen Spanne. Es ist einfach bloß hoch und runter gelaufen. Und da kann es auch einfach zufällig sein, dass genau zum Tag, Stunden, Schluss und so weiter und so fort, das sich dann so ergeben hat. Dadurch haben wir hier unten erstmal nur eine Range. Die Range an sich ist noch kein Umkehrsignal, auch wenn das jetzt hier auf der Kerzenansicht so aussieht. Aber die Kerzen, die wir hier sehen, sind ja eigentlich nur kumuliert mit Zusammenfassung von dem, was drunter liegt. So, einfach eine Zeit, zwei Stunden zusammengefasst zu einer Kerze. Und diese Formation hätte man jetzt auf anderer, also es würde nicht markant rauskommen. Auch der typische Charakter, eine Umkehrformation, der auftritt, ist durch die vorherige Range nicht da. Deswegen möchte ich bloß betonen, weil viele da auf sowas immer mit anspringen, das würde ich hier nicht werten wollen. Einfach weil die ganzen Kerzen vorher da in ihrem gleichen Bereich rumgestochen haben. Das heißt, wir sind aus einer Seitwärts-Range rausgegangen, natürlich am oberen Rand, aber sind mit einer Seitwärts-Range rausgegangen. Und sollte die zum Freitag jetzt nach unten verlassen werden zum Vormittag oder vielleicht auch per Gap oder wie auch immer, sollte man schon sagen, unter 15,590 hat er dann auf jeden Fall unten noch Risikopotenzial. Erinnert euch an den letzten Tag, haben wir immer wieder gesagt, wenn die 6,70 fällt, wenn die 7,10 fällt, dann hat er durchaus Platz hier auf 5,50. Gap plus zu machen, das ist alles zum Freitag jetzt dran halt, weil wir sind klar unter 7,10, wir sind auch unter 6,70 und wurden erstmal nicht hochgekauft. Aber wir haben ein bisschen in Erinnerung, wie das so die letzten Freitage immer lief. Und ganz oft war es dann auch in ein Aufwärts-Gap, was dann früh gleich reinkam. Und dann hat es den Kollegen einfach bis Tagesende hochgeschoben. Sollte das hier zum Freitag nun auch wieder mal der Fall werden und unser DAX Gap wieder nach oben und drückt auch von der ersten Minute an nach oben, wir kennen das noch gut von ihm, so nach dem Motto, was kümmert mich, was ich gestern gemacht habe, am nächsten Tag kaufe ich mich wieder komplett hoch, würde ich schon erwarten, dass der durchaus das Anstiegspotenzial hat, auch oberhalb von 15,700, dann wieder in die 15,800 reinzulaufen, vielleicht sogar darüber hinaus noch 15,850, 15,830, sowas noch anzulaufen, halte ich für den Freitag durchaus legitim, denn das haben die Freitager immer ganz oft gemacht. Die haben uns einfach wieder eine grüne Warum-Kerze reingestellt. Und die bisherige ist jetzt hier erstmal rot, sieht auch eigentlich gar nicht so gut aus, auch die Amerikaner ganz schön wackelig da. Würde mich nicht wundern, wenn er zum Freitag unten weitermacht. Also rein aus technischer Sicht, wir haben die 710 unterboten, wir haben ja oben genau das gemacht, wo wir gesagt haben, das muss er zeigen, wenn man Tiefe haben wollen. Das muss er zeigen und genau das hat er gezeigt. Und von daher würde ich ihm durchaus, wenn der über den Tag unter 5,90 nach unten arbeitet, ich würde ihm nach unten noch was geben halt. Also würde er nach unten handeln, ich persönlich. Wann würde ich das nicht tun? Ich würde das natürlich nicht machen, wenn ich einen Aufwärtsgeprang kriege. Wenn ich sehe, der geht auf die 670 zu, wenn ich sehe, der geht auf die 700 zu, ballert sich dann nicht direkt eine in die Nase und er holt sich eine blutige Unterlippe und trifft das wieder nach unten ab. Also dann ist das alles da drüber über 710, über 670 ist für mich dann eher wieder langtacher. Und im Zweifel steigt er wieder bis Tagesende durch. Ich meine, so ein kleiner Rücklauf jetzt an 670, 700, das würde wahrscheinlich gar nicht wehtun, aber ich will es eigentlich nicht sehen. Also wenn er unten raus will, dann ohne lange Mucken und vor allen Dingen ohne große Rückläufe. Also wenn er unten raus will, am besten Abwärtsgeprang weitermachen halt. So funktioniert es am besten, die Leute an den Eiern. Das fällt ihm, also wenn der hochkommt, klar, kann er an 670, 710 auch einen schönen Rücklauf bringen und sich runterdrehen, aber das kriegt er doch wieder nicht hin halt. Da läuft er hier hoch, dann macht er hier ein bisschen zur Seite. Also wer ist ein krasser Bärenmarkt, würde ich ganz krass sagen, super Short-Bereich, 710, 670 einfach Short reinhauen, laufen lassen, sobald er da rot eintritt. Aber wir sind halt nicht im krassen Bärenmarkt halt. Es tut sich schon immer eher schwer unten raus und wird eher wieder hochgekauft, als dass er mal unten richtige Trenddynamik entfaltet. Und von daher würde ich in dem Rücklaufbereich eher skeptisch werden, gucken. Und wenn er nur langsam zurückkommt, würde ich dann oberhalb von 700 tatsächlich eher ein Erreichen von 800, 830 dann favorisieren zum Wochenschluss. Vielleicht kriegt er dann sogar noch Wochenschluss auf Wochen hoch hin. Tage lang nicht über die 800 rausgekommen, aber glaubt mal, wenn der hier mit Schwung ankommt, dann steht er da auch schnell drüber. Das wäre nicht verwunderlich. Von daher, wir können das eigentlich so stehen lassen, wie ich es gesagt habe. Es passt wunderbar. Wir sind jetzt erstmal unter 670, unter 710. Damit hat er wieder eine Türe unten geöffnet. Die Türe geht jetzt erstmal bis zum Gap, aber kann natürlich auch weitergehen. Das wäre jetzt erstmal so mein Ziel, wo ich sage, so 420, okay, 550, 510, das sind so die nächsten Abschnitte. Darunter kann er natürlich weiter, aber das wären die Abschnitte, auf die ich mich von unten jetzt erstmal fokussieren würde, wo es sich auch anbietet, mal Gewinne dann auch mitzunehmen, wenn hier jemand Short-Position noch ausgesessen hat. Und alles, was aber über 670, nee, will ich nicht auf den Freitag, nicht nach dem, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Aber das haben alle im Kopf, die Großen auch. Und dann sagen die sich auch, warum soll ich mich jetzt nochmal dagegen stellen, wird da ihr wieder hochgezogen. Und dann drücken die lieber auch nochmal in Long-Position mit rein, weil die handeln einfach, was sie sehen halt. Das ist nicht ganz so wie bei den Privaten. Aber gut, okay, Punkt, alles fertig. Tagesschart müsste interessant sein, der dürfte direkt am mittleren Bollinger-Band stehen. Das hatten wir heute zumindest im Update mal drin bei uns. Und das per Tagesschluss ganz interessant werden würde, ob er denn unter 630 oder über 630 ist. Das ist über 630 geblieben, damit am unteren Bollinger-Band. Und damit hätte theoretisch jetzt hier auch auf der Ebene natürlich eine schöne Konterschance. Also da wieder jetzt hochzustellen, sich ans obere Band, das wäre jetzt nicht untypisch. Ja, oben Ausbruch nicht ganz geschafft, doppeltopp gebildet, mittleres Band abgeholt und wieder dann oben lang raus und oben aus dem Band raus, durchaus legitim. Aber man muss auch hier ganz klar sagen, unterhalb von 590, auch aus Tagessicht, schon fast eher Richtung Band handeln halt. Richtung unteres Band, Richtung Kerzeneröffnung von dem Tag. Ne, das ist ja die 420. Ja, haben wir es ja. Passt, dann passt es auch wieder aufeinander. Ja, also das ist der Raum, der wirkt hier nicht gut gedeckt, der wirkt nicht gut verteidigt, weil der ist immer wieder durchgelaufen. Seht ihr die ganzen Spitzen hier unten, die ganzen Schatten, die stehen alle hier unten so in dem Bereich um 460, 420 und deswegen würde ich schon sagen, unterhalb von 590 hat unser Dax schon Risiko, bis darunter auch wieder durchgereicht zu werden. Das spiegelt eigentlich der Tagesschart hier wunderbar auch nochmal in den 2-Stunden-Chart rein, wo wir es ja ohnehin schon betrachtet hatten. Also vielleicht sogar eher, gar nicht so die 550, 15 in Fokus nehmen, vielleicht sogar eher die 460 und 420. Das aus dem Tagesschart sieht eher nach 460, 420 aus, wenn er tiefer geht. Ja, so und mehr können wir hier nicht mitnehmen, erst mal. Ja, gucken, wie er reinkommt. Da wird man wahrscheinlich früh schon viel erkennen am Gap, ne, also wenn er das Aufwärtsgap stellt und sich dann stabil hält, naja, dann hoch. Also der müsste, um das zu vermasseln, müsste er wirklich Aufwärtsgap an 670 oder 710 und dann hart runter, direkt Gap zumachen und dann kann er auch weiterfallen. Aber wenn das bloß so wird wie die letzten Wochen, Aufwärtsgap zur Seite, 9 Uhr nach oben, Rakete, naja, dann kommt er auch nicht mehr runter. Ja, also ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gut es gelingt und dann hören wir uns am Sonntagabend, führt das Video zum Montag. Denkt auch dran, das ist kleiner Verfallstag, sollte man nicht ganz aus dem Auge verlieren, ne, jetzt zum Freitag, wo ich es gerade sehe, hier dritter Freitag, im kleiner Verfallstag sind nicht ganz so wichtig, aber man sollte es im Hinterkopf behalten, ne, kleine Verfallstage können auch manchmal 13 Uhr ein bisschen überraschen, ne, das sollte man im Hinterkopf behalten. Ich mache aus, wünsche euch was, tschö.